Hey, ich bin Anna und willkommen auf meinem Kanal. Ja Leute, wie ihr sehen könnt, bin ich gerade in der Klinik und da ich ein bisschen Zeit habe und ein bisschen Langeweile, dachte ich, filme ich einfach ein kleines Video für euch und beantworte ein paar Fragen. Ich habe letztens nämlich ein Video von Anso gesehen, wo sie mit ihrem Freund Say It or Short It gespielt hat. Ich kann jetzt zwar keine Shorts trinken, aber ich dachte, die Fragen sind eigentlich ein bisschen nice, ein bisschen spicy und ich beantworte die jetzt einfach auch. Das Video von ihr ist unten in der Infobox verlinkt, also schaut da gerne vorbei, wenn ihr auch ihre Antworten dazu hören wollt. Ich finde die Videos eigentlich immer sehr lustig, vor allem mit ihrem Freund, wenn sie Fragen beantworten. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert mich und dann würde ich sagen, viel Spaß! Da ich leider nicht mit meiner Kamera filmen kann, muss ich, also kann ich euch jetzt die Fragen hier irgendwo einblenden einfach. Alter, man sieht meine Adern ja richtig krass. War ekelhaft. Ja, generell mit der Kamera wäre das Bild halt viel schöner, aber I'm sorry, ihr müsst es jetzt halt leider einfach ertragen. Vielleicht kann ich noch einen hübschen Filter rüberklatschen, aber I don't know. Frage Nummer 1, was ist die Rekordzahl, die du am Tag mit jemandem geschlafen hast? Ich muss gerade gucken, dass ich kein Wort benutze, was nicht angemessen ist. Ich glaube, also ich weiß es nicht, ich würde jetzt einfach mal sagen, so viermal oder so, keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch schon ein bisschen her, aber ich würde sagen, das war so viermal oder so, I don't know. Die nächste Frage wäre jetzt, dass man über seine erste Masturbation erzählen soll. In dem Fall würde ich jetzt, wenn ich könnte, einen Schott trinken, da ich aber kein Essen oder so habe und jetzt kein Wasser trinken will. Weil es irgendwie auch lame ist, überspringen wir die Frage einfach. Kommen wir zur Frage Nummer 3. Und zwar, stehst du eher auf Haken oder Blümchen-Sex? Und ich glaube, ich habe die Frage im Video schon mal beantwortet, dass es eigentlich komplett unterschiedlich ist. Also kommt halt darauf an, wenn man die Zeit hat und gerade in Stimmung ist, das liebevoll zu machen, dann why not? Und wenn man halt gerade irgendwie Bock hat, da ein bisschen was Spezielleres anzustellen, dann finde ich das auch in Ordnung. Also da habe ich jetzt keine Präferenzen. Bei der vierten Frage bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob ich die schon mal beantwortet habe. Aber es ist so, ob man schon mal Nudes verschickt hat oder erotische Fotos. Und ja, habe ich gemacht. Macht es nicht, Leute. Ich meine, ich hatte Glück, aber you never know. Jetzt können wir eigentlich zwei Fragen miteinander verbinden. Und zwar die erste Frage, hattest du schon mal Oralverkehr und fandest es in dem Moment eklig? Und die andere Frage wäre, fandest du den Geruch von dem Intimbereich deines Gegenüber mal so eklig, dass du einen Abturner hattest oder so? Die erste Frage kann ich mit Ja beantworten. Also manchmal hat man da vielleicht einfach keinen Bock drauf oder so. Und die zweite Frage muss ich leider auch mit Ja beantworten. Wohl oder übel. Aber es war nicht jetzt mein Partner, es war irgendwann davor. Können wir kurz darüber reden, wie der Hintergrund eigentlich aussieht. Also alles, was ihr gerade seht, im Hintergrund sind meine Sachen. Meine Mitbewohnerin hier im Zimmer ist gerade nicht da und ihre Sachen fangen halt auch erst hier an. Also das Bett hier hinten, hier mache ich mich immer fertig. Deswegen sieht einfach nur messy aus. Tut mir leid. Die Frage habe ich definitiv letztes Mal schon mal beantwortet. Und zwar ging es darum, wann ich das letzte Mal Geschlechtsverkehr hatte. Ich glaube, ich weiß es nicht. Also wisst ihr das immer? Ich weiß es nicht. Ich glaube, drei Wochen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oh no. Ich meine, ich bin jetzt auch schon eine Weile hier. Also nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich würde sagen, drei Wochen. Die beiden hatten ja ein Video, also Anso hat ja mit ihrem Freund ein Video gedreht. Und die nächste Frage war jetzt, wie er ihre Brüste findet. Das kann ich jetzt leider nicht, also können wir jetzt leider nicht ein, mit einbinden in das Video. Deswegen, ich bin mit meinem Brüsten eigentlich ganz zufrieden. Ich kann mich da jetzt nicht so beschweren. Ist halt so, ne? Hast du schon mal gedacht, dass du die Verhütung verkackt hast? Beziehungsweise, dass du halt dann einfach schwanger bist? Und ja. Ja, tatsächlich. Ich habe, glaube ich, mit 14, 15, 16 in dem Dreh, habe ich, glaube ich, schon zwei Schwangerschaftstests gemacht. Am Anfang war das irgendwie so, Verhütung war so, ach, ihr braucht das schon. Oder wenn man dann mal sich nicht sicher war, ob man die Pille genommen hat. Und so eine Sachen, ja, das ist tatsächlich schon öfter vorgekommen. Aber meistens habe ich dann meine Periode halt dann gekriegt und ist auch nichts passiert zum Glück. Was war das Unangenehmste, was du deinen Eltern, beziehungsweise bei mir, meiner Mutter beichten musstest? Ich glaube, da gab es jetzt nicht so viele Sachen. Doch, na doch, es war schon sehr unangenehm, ihr zu erzählen, dass ich beim Klauen erwischt wurde. Und es war auch ein bisschen unangenehm, aber das ist generell unangenehm, zu erzählen, dass ich halt hier bin. Oder als ich halt erzählt habe, dass ich hier hingehen werde, das war schon ein bisschen unangenehm. Ich denke mal, das ist aber auch ein bisschen normal, ja, ich glaube, das waren die beiden unangenehmsten. Dreier, ja oder nein? Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, dass ich hier gerade nicht an einem Dreier interessiert wäre. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das so schnell ändert. Aber you never know, ne? Keine Ahnung, vielleicht habe ich in fünf Jahren da Bock drauf. Ähm, aber jetzt würde ich, ähm, ne, ne, jetzt hätte ich da nicht so Lust drauf. Dann haben sich die beiden eine Frage gestellt, und zwar, was sie gegenseitig an dem anderen ändern würden. Das kann ich jetzt nicht machen, weil niemand hier ist neben mir. Ich kann aber sagen, was ich an mir gerne ändern würde, und das ist ja meine Sturheit. Also, ich bin schon sehr stur. Und wenn mir was nicht passt, ey, dann mache ich das auch richtig deutlich. Also, kommt natürlich drauf an, bei was, aber wenn mir irgendwas so richtig nicht passt, dann kann ich da auch richtig zickig werden. Und das finde ich selbst auch mega anstrengend. Weil ich denke mir so, okay, ganz ehrlich, anstatt du jetzt hier so eine Szene machst, so genieß einfach das, was du dann stattdessen machen kannst oder so. Und das, da will ich leider nicht so, das nervt mich ganz schön. Also, ich wäre gern ein bisschen weniger stur. Was ist der schlimmste oder härteste Korb, den du je bekommen hast? Ich habe schon überlegt, als ich mir das Video angeguckt habe, was so mein schlimmster Korb war. Aber mir fällt tatsächlich keiner ein. Also, ich habe selbst schon mal einen Korb gekriegt, aber mir würde jetzt spontan so keine Situation einfallen. Weil ich bin auch nicht so, dass ich, wenn ich Single bin, dann irgendwie so Typen anschreibe oder so. Weil ich mich sowieso nicht traue. Was findest du besser, jemanden einzublasen oder geleckt zu werden? Und, ähm, ohne da einen Kommentar abgeben zu wollen, sage ich einfach das Zweite. Hast du schon mal etwas nicht angesprochen, damit es der anderen Person nicht unangenehm wird? Ja, das ist safe schon mal passiert. Also, kommen wir natürlich drauf an. Wenn jetzt ein Mädchen ihre Tage kriegt oder eine Freundin ihre Tage kriegt und läuft im roten Fleck durch die Gegend, so safe würde ich ihr das sagen. Aber, weiß ich nicht, wenn sie, ja, keine Ahnung, komplett auf die Situation drauf an. Also, normalerweise würde ich ihr das schon sagen, weil es ja auch ein bisschen unangenehm dann. Aber es gab definitiv schon mal irgendwelche Situationen, wo ich irgendwas nicht gesagt habe. Wo es dann vielleicht auch mir selber unangenehm war, das zu sagen, weil es mir in dem Moment aufgefallen ist. So wisst ihr. Also, nicht mal, weil ich es der Person nicht sagen wollte, sondern weil ich nicht wollte, dass jemand weiß, dass es mir aufgefallen ist. Macht das Sinn? Würdest du für 10.000 Euro deinem Partner fremdgehen? Und ich denke mir so, 10.000 Euro ist ja schön und gut, aber was soll ich mit 10.000 Euro anfangen? Also, wenn ich da für meinen Partner verliere, dann habe ich ja gar nichts von. So, für 10.000.000 Euro, dann ist was anderes. Dann könnte ich sagen, komm, wir machen Hälfte, Hälfte danach. Vielleicht wird er mir dann verzeihen, wenn ich ihm sage, ich habe es für 10.000.000 Euro gemacht. Aber wenn ich sage, yo, ihr habt ja für 10.000 Euro bekommen. 10.000 Euro, no, no way, no way, never. Aber obwohl, das Ding ist ja, fremdgehen ist ja nur fremdgehen, solange es nicht abgesprochen ist. Weil wenn die andere Person das ja weiß und das mit ihr okay ist, dann ist es ja irgendwie kein fremdgehen mehr, oder? Nee, wenn der andere mit einverstanden ist, ist es ja kein fremdgehen. Ja, dann will ich vorher einfach abquatschen. So, hey, hast du Bock auf 5.000 Euro? Oder so? Dann, ja, aber nee. Nee. Dann kam wieder eine Frage, wo die beiden sich das gegenseitig gestellt haben. Und zwar, welches Bild du auf Instagram von dem anderen am hässlichsten findest oder am wenigsten schön. Ich würde euch jetzt mein hässlichstes Instagram-Bild, obwohl, zeige ich es ein. Ich habe extrem viele Bilder archiviert. Schon 200 Bilder oder so habe ich archiviert oder Beiträge habe ich archiviert bei Insta. Ich schaue jetzt mal, welches das hässlichste ist. Oder die hässlichsten drei. Die blende ich euch jetzt ein. Und das sind die drei hässlichsten Bilder, die ich archiviert habe. Und mich würde natürlich auch interessieren, wie wunderschön ihr diese drei Bilder jetzt fandet. Ja, also schreibt mir gerne eure Meinung dazu, weil die sind bestimmt richtig hot. Okay, zwei Fragen haben wir noch und die sind ein bisschen spicier, je nachdem, wie man es halt sieht. Und zwar die vorletzte Frage. Hättest du lieber Sex im Pool oder Sex im Wald? Ich glaube, also kommt drauf an, jetzt so im Wald auf den Boden mich legen, da hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Wenn man irgendwie mit dem Auto im Wald ist, aber dann ist man halt auch im Auto. Ach, ich weiß nicht. Also so einfach im Wald wäre ich jetzt nicht so begeistert, weil das ist halt auch dreckig und da sind halt übelst wieder Insekten. Aber im Pool weiß ich nicht. Also ich glaube, ich würde jetzt sagen, eher im Pool als im Wald, weil mir das einfach zu dreckig ist im Wald. Und kommen wir nun zur letzten Frage, welche die verrückteste Stellung waren, die du jemals ausprobiert hast. Und das kann ich euch ehrlich gesagt auch nicht sagen. Das war irgend so eine Kamasutra Fifty Shades of Grey Stellung. Ich könnte jetzt euch aber auch nicht sagen, welche. Ich glaube, ich wüsste auch gar nicht, welche ich schon gemacht habe und welche nicht. Keine Ahnung. Guckt euch da durch und dann denkt euch eine aus, die ich gemacht habe. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Fragen beantwortet, die in dem Video vorgekommen sind. Wie gesagt, falls ihr Bock habt bei Anso selber vorbeizuschauen, der Link da. Zu dem Video ist unten in der Infobox. Genauso wie die Links zu meinem Instagram und zu meinem TikTok-Kanal. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Und wenn du ein Abo da lassen würdest, damit ich dich immer schön belästigen kann. Und dann bedanke ich mich fürs Anschauen und bis dann.